Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Juiz ist Menschen direkt. Heute mit Papa und Frieda. Hallo Frieda. Schön euch wiederzusehen. Frieda startet direkt, wir haben im letzten Video hier aufgehört, in der Pflanzenwelt gerade reingekommen. Frieda stellt schon mal um, oder? Auf Zwei-Spieler-Modus. Ich bin so faszinierend. Du bist so faszinierend. So, ich will ja... Dritter oder Zweiter? Papa, zuerst bin ich Luigi. Ich bin Fluigi. Fluigi? Ich bin da. Ach, du bist Fluigi. Ich dachte, du wärst ein Wufu. Hier gibt es schon... Okay. Oh, ich habe die, glaube ich, geblitzt, ne? Du sollst hier nicht blitzversaugen. Hey, ich hab, ich hab! Komm, Fluigi. Und heute machen wir mal wieder eine Welt fertig, ne? Mhm. Aber hier tatsächlich die Pflanzenwelt. Wir haben das Spiel ja schon mal durchgespielt. Ja. Und die war wirklich anstrengend, ne? Ja, die war wirklich anstrengend, aber das war nur an sich. Warte mal, wir müssen hier hinten lang? Ich wollte nur gucken, ob es da was Schönes gibt. Papa. Weil da haben wir ja letztes Mal nichts erkundet. Oh. Okay. Komm, Fluigi, wir haben doch einen Goldknochen. Oh. Trotzdem. So. Na dann. Jetzt hör auf, was mach ich auch weiter? Ist hier der Fahrstuhl wieder? Ne. Nein. Die Tür. So, den Knopf. Hello. Hello. So. Papa, kannst du dieses Ding überspringen? Warum? Dann sehen doch die Leute gar nicht, was da passiert. Aber die Szene ist doch langweilig und böse. Die kennen, die anderen, die das sehen wollen, die kennen doch die Szene gar nicht. Aber einer hat da schon mal gespielt. Und deswegen hat er doch auch geschrieben, schwieriger Endboss. Stimmt. Wir haben unseren ersten Kommentar. Ähm, ich glaube, Daniel heißt ja. Lieber Daniel, liebe Grüße. Liebe Grüße, Daniel. So. Und auch, wenn wir deinen Namen ja falsch aussprechen, schreib uns mal gerne in den Kommentaren, wie du heißt. Genau. Ich glaube, Daniel hieß er. Ich glaube auch. Ah! Papa! Ah! Du musst doch zugucken. Nein, ich gucke ja zu. Nicht auf dein Handy gucken. Nein, ich gucke mal doch, wie Daniel er jetzt. Oder ob er Daniel hieß. Daniel! Daniel! Lieber Daniel, wir haben deinen Namen richtig aufgesprochen. Genau. So. So. Ach, hey, jetzt habe ich natürlich beim Gucken verpasst, was hier abging. Aber gut. Aber wir kennen ja schon die Szene. Ne? Ja. Und deswegen brauchen wir uns da gar nichts angucken. Nur ihr, meine lieben Freunde. Na doch, wir können uns die ja trotzdem auch angucken. Ja, aber wir haben ja, wir kennen die ja schon. Naikor hat jetzt zum Beispiel nicht gewusst, was passiert. Kommst du? Aber für mich war die jetzt echt langweilig und böse. Na, du hast ja auch schon dreimal gespielt jetzt, die Welt. Nein, viermal. Viermal? Ich meine zehnmal. Ich meine elfmal. Ach, verliere. Elfmal habe ich das schon gespielt. Okay. Elfmal, meine Lieben. Ähm, geh du bitte vor. Hopp. Okay, aber ich bin der Fluigi. Ich zeig dir, wie das geht. Nach vorne. Saugen und nach vorne und hinten schwingen und zur richtigen Zeit loslassen. Jetzt. So geht das. So geht das. Ja, jetzt muss bloß noch Fluigi. Und lieber Daniel, du weißt ja, wie das Spiel geht. Dann bring doch bitte mal den anderen bei. Aber wir machen es. Wir haben doch gedacht, wir bringen es den anderen bei. So. Stimmt. Weiter geht's. Stimmt, ja. Lieber Daniel, falls du auch ein Video aufnimmst. Liebe Grüße. Genau. Liebe Grüße, Damen. Ey. So. Ich krieg diese Sauglocke nicht. Was ist denn das? Das ist eine Pflanze, wo immer diese Orang, wo immer diese Sahne rauskommt. Sahne? Ich meine diese Ananas. Ich meine diese Ananas. Ananas. Finchen! Finchen! Ananas, komm. Durch die Tür nicht. Finchen wollte gerade an den Stuhl beißen. Das ist das Stativ für das Mikrofon. Finchen. Was ist denn das hier? Hier findest du die Lanze. Finchen. Aha. Liebe Zuschauer, falls ihr gerade zuguckt, da war die kleine Finchen. Ne? Ja. Wie Finchen, die geht an jede Sachen ran. Nicht an jede. Egal ob groß oder klein ist. Ne, Papa? Ja. Ah, ich will, ich hab an die Schauer. Aua. Und, Papa, kannst du dieses Video, was wir heute mit der Pflanzenwelt machen, direkt hochladen? Na, ein Video haben wir noch tatsächlich, was wir vorher schon aufgenommen haben. Was ihr jetzt wahrscheinlich an der Stelle, an der wir dieses Video hier aufnehmen, als nächstes sehen werdet. Und dann aber, äh, in den nächsten Tagen auch, dieses Video hier, genau. Was sind denn für Pflanzen hier, die ich... Und, Papa, kannst du mir dann dieses Bild zeigen, was du dann darauf nimmst, damit ich weiß, welches Video wir heute aufnehmen? Ja. Zack. Die musst du blitzen. Was ist das hier, Andy? Ah, okay. Das ist ein Scheißrohr. Mit Geld drin. Hey, Papa, wir müssen doch die Blätten abziehen. Denn sonst verpasst man jeden Teil. Ne, Papa? Mhm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal durch. Nein, warte doch! Jetzt. Warte, vielleicht gibt's hier... Guck mal, Papa, falls wir heute noch die Graswege finden, hier ist ein noch, was wir bestimmt auch sägen können. Mh. 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 Ach so, noch eine Stammattacke. Wo ist noch mal dieser Schiff? Luigi, hilf mir! Einer wollte Pies und ich eigentlich nur Urlaub buchen. Aber jetzt ist es ein Geisterbuchhaus. Mhm. Hey, Papa, wann dieses Motel... So, los, drück durch die Tür. Ah, hier ist noch Geld, genau. Ey, Papa, hast du schon wieder alles vergessen? Ja. Los, ab jetzt, drück die Tür. Wir haben das doch erst vor kurzem gespielt, oder was? Und jetzt hast du schon alles vergessen? Mein Gott. Jetzt bin ich hier wirklich in dem Raum verrührt. Jetzt weiß ich leider gar nicht, wo ich an der Tür ziehe, die zurückführt oder die woanders hinführt. Denn hier sind die überall besser, meine Freunde. Und wenn Daniel das schon mal gespielt hat, wollen wir es euch jetzt auch beibringen. Oh. Und Daniel, du kannst trotzdem zugucken. Na? Na klar. Jeder kann zugucken. Jetzt haben wir auch noch ein Kinderwurst. Na, Papa? Was? Ich habe gesagt, ein Erwachsener und Kinder. Das passt doch. Ja. Okay. Okay. Ich bin hier einfach wieder rausgeflutscht. Ey. Hier hinten ist es auch noch nicht. Papa, kann ich auch mal in der Badewanne sitzen? Ich will auch in der Badewanne sitzen. Hoppla. Da ist noch ein Edelstein. So. Papa, ich will auch flüssig werden und da einmal in der Badewanne sitzen. Noch einmal in der Badewanne sitzen. Okay, du hast hier die Wand freigemacht. Ich will auch in die... So, Frida geht jetzt noch mal in die Badewanne schnell. Äh. Äh. Hallo! Hallo! Weißt du, was ich an Flüssi-Szerne beim Rutschen so cool finde und so lustig? Guck mal das hier. Das finde ich so lustig. Dass er seinen Kopf reinsteckt und dann reinflutschen kann. Papa, ist du mir jetzt wieder hier rauszukommen? Na, los. Dann machen wir jetzt weiter. Hoppla. So. Du hast hier schon freigemacht. Hier ist eine Tür oder ein Durchgang. Cool. So. Louis ist der Boss und deswegen geht er zuerst hoch. Da ist er. Da ist er, fang ihn! Oh, können wir gar nicht. Ach so. Hm. Okay, warte mal. Mir ist das vollkommen egal. Ich hab ein Gold. Ich geh vor, ich geh. Ey, ich will vorgehen. Ja, aber wenn er dich erwischt. Aber Papa, auch wenn er mich erwischt. Ich hab noch Gold. Papa. Aber er hat dich ja ... Trotzdem, der bringt ja nicht viel. Komm, wir müssen hier rein. Doch, dann fang ich aber an dem Ort an, wo wir dann anfangen. Ja, dann willst du den jetzt hier schon unnötig verschwenden? Der ist doch wichtig für den Bosskampf. Ja. Ist so ... Oder? Ja. Lieber Daniel, danke, dass du uns das nochmal geschrieben hast, dass dein Dorn schwer ist. Danke dafür. So, und zwar ... Danke dafür. Jetzt muss man hier ... Na, Papa? Du musst aufpassen, dass du da nicht gegen die Dorn rennst. Aber ich will auch helfen. Nimm mal da jetzt so dein ... Wo ist der? Das Herz, nur das Herz. Wo ist das? Ich schmeiß das Ding hier rauf. Na, jetzt ist er weg. Kleines Herz. Zack. So, den musst du nehmen. Herz ist weg. So. Und dann hier die Pflanzen an die Wurzel packen. Und dann durch. Jetzt ist der Weg frei. So. Oder auch nicht. Was denn hier jetzt ein Reis? Ich weiß, wer kommt. Papa, möchtest ihr das sagen? Der. Weiß doch, der schnappt immer Luigi. Wenn der mich hat. Der hängt hier irgendwie fest. Du musst ... Renn mal da nicht gegen diese Stacheln da gehen. Das war der Geist! Papa, das war der Geist! Ich blitz da lang, du blitz da lang. Ich blitz da lang. Wo ist der denn? Ah, hier. Kann man den auch zusammen anpacken? Warte. Warte. Warte kurz. Warte. Kann ich jetzt her? Oh, nee. Ach, Gutterchen. Das ist ein Dicker. Ach, bitte nicht der Dicke. Ich hab keine Lust. Auf diesem Typ da. Ich mach dich platt. Damit du mir nicht mehr auf den Weg kommst. Du Ungeheuer. Zusammen sind wir stark. Ist er weg? Nee. Hier. So. Der Mülleimer. Ja, jetzt. Zack. Und Papa, diesmal geh ich vor. Macht das schon wieder so eine... Kokosnüsse? Das sind eine Ananas. Keine Kokosnüsse. Achso, stimmt. Hast recht. Ups. Soll ich dir nachkommen? Achso, wir müssen ja hier schnappseln. Zack. Herzen, Herzen. Oh, okay. Hier ist ne Tür. Hä? Ja. Hey, hier waren wir doch schon mal. Nee, nee. Warte, ich will. Hier, du musst die Tür frei schneiden. Und dann kommt wieder ein Geist. Na ja. Muss richtig gegenlaufen, Hausi. Genau. Gegen, 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 gegen. Genau, super. So. Hä? Krass. Mach Stammattacke. Stammattacke. Kann ich nicht. Stammattacke. Mach ich doch die. Passiert nichts? Nein. Ah, warte. Ich komme, ich komme. Danke. War knapp. Allein kann man wohl diesen Geist gar nicht bewegen. Da muss man Floichi freilassen, wenn man alleine spielt, ne? Kann man ja trotzdem mit Floichi spielen. So. Soll ich dir zeigen, was hier das Ende ist? Papa, hilfst du mir mit deiner Saugglocke? Warte. Na hoppla, da waren ja Geister versteckt. Ich hätte jetzt richtig Lust auf eine Wassermelone. Hast du auch jetzt Lust auf einen Apfel oder auf eine Wassermelone? Auf einen Apfel, wa? Auf einen Apfel, wa? Was haben Melonen gibt es im Sommer? Ich habe jetzt Lust auf einen Apfel. Oder auf eine Möhre. Auf eine Möhre. Ich habe Lust auf einen Apfel. So, wollen wir jetzt? Komm, wir gehen raus. Aber wisst ihr, welche Möhren ich am liebsten esse? Snackmöhren. Sag es laut, sonst versteht man es doch gar nicht. Snackmöhren. Das sind diese Snackmöhren, die sind klein. Genau. Falls ihr die auch gerne isst, freut doch mal eine Komma, ob ja oder nein. Natürlich auch mit einer Begründung. Mit einer Begründung? Warum isst du die denn am liebsten? Weil die orange sind und so lecker schmecken. Okay. Cool. Wie geht es jetzt weiter hier? Eine Stampartacke. Da fehlt ja die Treppe. Warte mal. Was ist denn hier los? Ah, warte mal. Hier geht es wieder. Hier pusten, wa? Ja. So wird der, Edward. Juhu! Tja. Ocho, Luigi hat sich wieder verdreht. Das war aber gerade ein Witz. Luigi hat sich wieder in den Fuß verdreht. Hier müssen wir wieder balancieren. Ups. Zack. Ne, hier gibt es nichts. Oh, oh, oh. Es ist bloß Geld. Alles fällt runter. Da. Ups. Bleib da. Gehen wir zur Seite. Wo bin ich denn? Ah, ja. Da fahren wir. Uki doki. Ich bin irgendwie irgendwo runtergefallen. Wie weiß ich wieder. Ach da, wieder so ein... ... Schnüppel? Ja. Ich bin abgerückt. Geh du! Hä? Ach du musst du... Ach du musst du... Ich... Du musst das... Ja. Oh. Du hast es heute geschafft. Hallo. Hallo. Oh. Piep, Mats. Piep, Mats. Ich muss durch ein Loch steigen. Okay. Da wieder das Pilzhaus. Okay, hier ist wieder so eine Säge. Oh. Und ein paar Vöglein. Da. Oh, oh. Was ist denn für eine Pflanze? Na, der. Der. Der hat sie gerufen. Jetzt können wir mal durch. Ach, Luigi, du alter Laudi. Okay, ich nehme es mal durch. Papa, drückst du bitte mal an die Kamera? Also, du musst den Pilz zu mir drehen. Den? Schieben. Du musst ihn zu mir schieben. Ach so. Saugen, 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 bis er bei mir ist. Stopp! Und nu? Wow. Haha. Yippie. Ja. Okay. Hier kannst du wieder durchflutschen. Wenn ich nicht erwecken würde. Luigi, aber bitte nicht runter. Mutter, wo bist du? Und jetzt. Na, hoppala. Ja. Ein Geil. Fang ihn. Papa, wenn wir doch mit Molly-Freunden einen Minispiel machen. Wir müssen jetzt das Level ja weiterspielen. Ne? Und wenn wir das Level geschafft haben, bitte noch ein Minispiel. So. Danach, wenn wir dieses Level hier geschafft haben, nehmen wir eine neue Folge für euch auf. Und dann zeigen wir euch mal die Minispiele von Luigi's Mansion. Oder? Frieda? Aber Schwarz Eid noch eins machen. Ja, in der neuen Folge dann. Der ist immer noch nicht fertig. Ich bin nicht hier runtergefallen. Soll ich auch runterkommen? Hä? Wo ist er hin? Was ist denn nun passiert? Er ist entkommen. Papa. Ist ja nicht so schön. Wo bin ich denn? Ich wüsse es nicht. Hier bin ich. Okay. Hier, Papa. Die Pflanze muss sich noch öffnen. Na, dann mal los. Ach so. Kann ich helfen? Ich krieg irgendwie an hier. Nein, da. Ach so. Da ist so ein Saugeschnuppel hier. Warte. Ja. Du sagst dann, wenn jetzt. Ach nee, hab ich auch so geschafft. Luigi will, Luigi will beklettern? Ich will vorgehen. Wo ist denn jetzt lang? Ah, hier. Okay. Ich. 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 Der trennt sich einfach vor. Fassig zuerst. Komm rein. Komm. 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 Wieder wollen Saugeschnuppel. Ach da. Ey. 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 Erf mich vor. Ich geh nach vorne. Ja. 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 Oh. 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 Weil hier noch ein bisschen. Wie viel? Hallo. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Ach, das braucht man so eh, ne? Komm, einer auf der anderen Seite. Na super. Da ist er. Au. Kopfnuss. Kopfnuss? Kopfnuss. Au. Nochmal. Wieder runterfallen. Nochmal. Autsch. Autschie. Warte, ich kann eine Abkürzung. Ich kann eine Abkürzung. Und ein Bach runterrutschen. Das war die Abkürzung. Ja. Richtige Abkürzung. Da ist noch ein Herz gewesen. Wie heißt der noch mal? Eintrig. Nein, der da uns den Kommentar gegeben hat. Daniel? Daniel, ja. Lieber Daniel, jetzt kommt der Endboss. Was du jetzt gerade zuguckst, jetzt kommt der Endboss. Jetzt kommt der Endboss. Jetzt musst du wieder laufen. Komm mal beiseite, beiseite, beiseite. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Komm. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Komm. Aber du musst mal. Ich kenn das Prinzip. Nein, weg ist er. Nee, weg ist er. Komm, hier lang. Hier lang. Genau. Jetzt hier. Komm her, hier. Schlupper mal. Hä? Jetzt hat er wieder gegessen. Dann. Irgendwie müssen wir. Irgendwo hat er immer reingebissen. Frieda, da musst du fassen. Und scheint bei dir. Du musst dich beißen lassen. Papa, du musst dich beißen lassen. Hier hinter. Hinter so'n Stein vielleicht. Hinter so'n Ding. Mann. Nee. Weg, 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 weg. Hier. Frisst das. Lieber Daniel, schreib uns bitte an. Schreib uns bitte an. Bitte noch mal in den Kommentaren, wie der Kampf hier geht. Ja, bis Daniel in den Kommentaren schreiben kann, müssen wir den schon erledigt haben. Ich versteh' das nicht. Irgendwo hat der immer rin gebissen und dann ist er hängen geblieben. Ja! Wo die Grafsäger? So. Jetzt blitz ihn. Blitz ihn. Jawoll. Weiter, 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 weiter. Super. Wie hat das denn jetzt funktioniert? Wie hat der denn jetzt da auf immer rin gebissen? Ist dann die Löcher? Und dann hat er dran gebissen? Ja! 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 Hol die Grafsäger schnell! Da zieh' ihn! Ach, wieder. Jetzt hast du'n weggeblitzt. Komm, weg, 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 weg! Der hat mich einfach gemopft. Oh, der ist gleich weg hier. Komm, wir müssen auf der anderen Seite. Oder hier hin. Komm, wir müssen auf der anderen Seite nicht succeed. Du bist halt. Ich bin gleich auf der anderen Seite. Komm, wir können hier hin. Geh' ich. Ich bin gerade mal für die Kleine. Oh, das ist noch nicht wichtig. Und wir müssen alle wieder hin. Ich bin gerade hier. Ich bin gerade hier hin. Komm hier, hinter! Schade. Hier sind wir. Hier, hinter! Ach, Mann. Wenn der so komisch hechelt, muss nur dahinter so ein Ding sein. Jetzt! Hol die Gratwägel! Komm! Ich lenk ihn ab! Frida! Kappen! Haben wir ihn jetzt besiegt? Nein, noch nicht. Einmal müssen wir noch. Soll ich das noch einmal machen? Was ist das? Wir sind da! Jetzt! Hinter! Hol die Gratwägel! Nein! Tanzt im Weg! Komm! Zack! Ich bin gespannt! Ist das schon wieder da oben? Nein! Wie kommen wir denn da jetzt noch? Wir brauchen die Gießkanne! Wir brauchen die Gießkanne! Gießkanne! Ah, ja! Okay! Ich, ich, ich! Ich will! Ich will! Ja, muss ich da hochklettern? Warte! Ich bin hier oben, Luftluidi! Juhu! So! Etage Nummer 8! Wir kommen! Warte! Hier beenden wir unsere Folge! Na warte! Wir gehen jetzt zum Fahrstuhl! Wir haben immer auch mit dem Fahrstuhl unsere Folge beendet! Also machen wir es auch heute so! Ja! Und! Ihr Lieben! Hier ist eine Maus! Und! Und! Und morgen! Und morgen! Machen wir uns! Und! Und beim nächsten Mal werden wir unsere Folge da wo wir aufgehört haben! Ja und Fahrstuhl! Ne? So! Sehr, sehr schön! War ja doch gar nicht so schwer wie gedacht! Ähm! Gut! Wenn man jetzt so diese ganzen kleinen Tricks weiß! Äh! Dann! Äh! Es ist relativ einfach! Und! Tschüss meine Lieben! Wollen wir noch in Etage 8 fahren und Tschüss sagen? Mhm! Ich sag! Papa! Jeder sagt jetzt eine Welt! Welche die Nummer 8 sein kann! Ich sag! Du wirst das schon hundertprozentig! Äh! Was ist denn das? Ich sag! Da hab ich noch so eine Wüstenwelt! Ich! 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 Welche Welt haben wir noch nicht gemacht! Ich weiß nicht! Also ich weiß nicht! Da ist selbst jetzt so eine Wüstenwelt! Sag ich! Die! Und welche gibt's noch? Mhm! Ich weiß ich jetzt ja nicht mehr! Hä? Ich sag die nächste Welt ist diese Wüstenwelt! Warte! Da sind ja noch superviele! Oder äh! Die Filmwelt gibt es noch! Die Filmwelt! Ich wette auf die Filmwelt! Die Filmwelt! Ich wette auf die Filmwelt! Die Filmwelt! Ich wette auf die Filmwelt! Warte! Hab ich noch! Äh! Ins Filmstudio! Ins Filmstudio! Ins Filmstudio! Das wird auch ne spannende Folge! Wenn ihr die nicht verpassen wollt! Abonniert unseren Kanal! Und bitte schreibt in die Kommentare! Falls ihr das Video, falls ihr das Level schon gemacht habt! Schreibt doch mal in die Kommentare, ob da irgendwas genau so schwierig ist! Sehr schön! Genau! Bis dahin! Und wir wünschen euch alles lieber! Warte! Ich will noch aufsteigen! Erst wenn ich aufgestiegen bin und gesehen habe, ob ich recht habe! Jo! Papa! Hier war unser bester Freund! Mhm! Und der allerbeste Freund! Der war doch so nett! Ja! So ihr Lieben! So ihr Lieben! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!